PAKTS KULTUR Wofür lebst du? Wofür lebst du? Wonach strebst du? Wer bist du überhaupt? Ihr seid mein Kriegervolk, ich glaube an euch und ich hoffe, ihr glaubt auch an mich. Wir sind Leute, die nur gewinnen können. Sieg ist alles für uns. Aber wofür lebst du? Was ist deine Mission? Was willst du überhaupt auf dieser Welt? Bist du nur hier, um zu weinen, um zu verlieren? Irgendwelche Erotikfilme zu gucken? Auf deinem Gameboy? Auf deiner PSP? Oder was machst du? Bist du nur hier, um dich zu beschweren? Es ist so schwierig alles. Hä? Wofür lebst du? Was möchtest du machen? Wie weit willst du gehen als Mensch? Was willst du schaffen? Hast du diese Fragen mal tiefgründig beantwortet? Weißt du, was du willst? Ich möchte die Welt. Die Welt, auf der wir alle stehen. Ich möchte die Welt. Ich möchte die Welt. Verstehst du? Und eine Person, die nach großem strebt, sorgt dafür, sich selber auch größer zu machen. Ich sorge dafür, mich größer zu machen. Ich spreche groß. Ich spreche groß. Ich schaue groß. Alles, was ich tue, ist groß. Und was willst du? Was ist dein Ziel? Was ist deine Bestimmung? Wohin willst du gehen? Ich habe viele Fragen dir gestellt. Aber es sind Fragen, wo du wirklich intensiv das bearbeiten musst. Du musst wirklich dir mal Zeit nehmen. Nicht andauernd, Snapchat. Das machst du, Snapchat. Komm runter. Begreife doch, wer du bist. Was möchtest du erreichen? Wer willst du gehen? Was willst du schaffen? Wie willst du in der Hunde bleiben? Das sind Fragen, die müssen doch in deinen Kopf kommen. Denn der Tod, der Tod ist das Sicherste, was es gibt. Der Tod, die absolute Vergänglichkeit, das Ende. Es kommt. Verstehst du? Es ist bald vorbei. Was willst du schaffen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du kommen? Verstehst du, wie wichtig diese Fragen sind? Das sind Fragen, versuch die wirklich tiefgründig zu beantworten. Und wenn du diese Fragen beantwortest, dann denk auch über die Leute nach, die hinter dir sind. Deine Familie, deine Mutter, dein Vater, deine Freunde, deine Geschwister. Wie weit willst du gehen für diese Menschen? Was willst du ihnen zeigen? Willst du dieser Verlierer sein, der redet, 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 aber nicht schafft? Willst du der Mann sein, der nur zuguckt, während andere leiden? Willst du nicht dieser große Mann, dieser große Mensch generell sein, der verändert, der tut, der macht, der schafft, der kreiert, wie ein Tiger hinausgeht und jagen geht? Willst du nicht dieses Monster sein, was einfach die Dinge, die es sagt, auch tut? Verstehst du? Stell dir vor, du bist ein Wesen, was einfach alles ernst gemeinte auch tut. Wenn ich sage, ich werde einer der größten Menschen aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit, dann ist das erstmal ein großes Statement, eine große Aussage. Aber stell dir mal vor, ich werde es einfach. Stell dir vor, ich werde einer der größten Personen. Stell dir vor, hier und jetzt mache ich mich zu einer der größten Personen der Menschheit. Stell dir vor, ich werde einer der krassesten Leute, die es gibt. Und stell dir vor, du wirst all deine persönlichen Ziele erfüllen. Stell dir vor, du darfst einfach groß sein, Bro. Stell dir vor, du darfst einfach deine Bestimmung leben. Wenn ich dann sage, was mache ich überhaupt, wer bin ich überhaupt? Ich habe gar keinen Plan, was ich nach der Schule machen will. So sind die meisten. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Okay. Bro, du bist nur einmal hier. Jede Sekunde ist eine geschenkte Sekunde, Bro. Bald bist du tot. Bald ist es vorbei mit dir. Verstehst du das? Begreifst du das? Ich habe keinen Plan. Was mache ich mit meinem Leben? Egal, ich spiele Fortnite. Fortnite, Fortnite. Willst du so leben? Schau dir doch die Geschichte an. Die Geschichte war doch voller Menschen, die gewonnen haben. Natürlich, das Leben ist hart. Harte Dinge mussten dafür getan werden. Aber sie haben gewonnen und die Namen sind nicht in Vergessenheit geraten. Gaius Julius Caesar. Alexander Große. Namen, die immer noch präsent sind. Und hundert Millionen anderen Namen, die ich jetzt nicht erzählt habe. Aber du weißt, es gibt viele. Auf jeden Fall, sei doch eine Persönlichkeit, die es schafft. Sei doch einfach jemand, der es schafft. Schaff es doch einfach. Tu es doch. Mach es doch. Tu. Sei nicht dieser eine Typ, der alles bereut. Du weißt ganz genau, was ich meine. Man hat gesagt, okay, ich mache das. Aber dann machen wir es nicht. Dann ist man zu Hause, Depri. Und dann denkt sich so, was bin ich für ein Opfer? Warum bin ich so scheiße? Alles meine Schuld. Sei doch dieser Starke. Dieser Starke. Einfach, tue ich sie. Wieso ziehst du nicht einfach durch? Sag dir so. Je mehr du gegen dich selber schießt, desto lebensunfähiger machst du dich. Es macht viel mehr Sinn, sich selber aus der Schusslinie zu nehmen. Sprich groß von dir. Sag, du bist krass. Du bist groß. Mach es natürlich dezent. Mach es natürlich unständig. Aber sei stolz auf dich. Spreche groß. Sei groß. Tue große Dinge. Erfüll deinen Traum, deine Bestimmung. Und sei nicht dieser eine NPC, der nur weint. So sind die meisten von euch. Die meisten von euch sind genau so. Ich kann nicht zum Training gehen. Ich habe keine Motivation. Ich habe keine Motivation. So, what the fuck, bro. Warum bist du so? Warum bist du so schwach? Ich habe gefragt, warum du so schwach bist. Wieso kannst du dich einfach aufstehen und gewinnen? Wieso kannst du dich gewinnen? Was ist dein Problem? Warum hast du dein Problem? Wieso kannst du dich gewinnen? Geh, steh doch einfach auf. Was laberst du die ganze Zeit? Was laberst du die ganze Zeit? Was laberst du eigentlich die ganze Zeit? Steh doch einfach auf und gewinn. Was ist los mit dir? Guck dich mal an. Guck dich mal an. Du weißt ganz genau, was ich meine. Du weißt, du hast Probleme, die du lösen willst. Aber du löst dich nicht. Weil du zu faul bist. Oh, ich bin faul. Okay, ich gucke lieber. Ich gucke lieber an den Iago. Uh, 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 den Iago. Den Iago. What the fuck, bro. Warum? Warum gewinnst du nicht? Sei doch eine Persönlichkeit, die nur gewinnt. Eine Person, die auf jeden Fall dein Ziel und Trümmer führen kann. Wenn du noch keine Ahnung hast, was du schaffen willst. Nimm dir Zeit. Du hast doch anscheinend Zeit, zu scrollen aus dem Handy. Du hast Zeit, zu zocken. Du hast Zeit, die rote Filme zu gucken. Du hast Zeit, mit deinen Kollegen dumme Sachen zu machen. Wieso hast du nicht mal Zeit, ein Wochenende darüber nachzudenken, wer du bist? Wieso hast du keine Zeit dafür? Wirklich zu investieren. Was kann ich überhaupt? Was sind meine Fähigkeiten überhaupt? Aufzuschreiben. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich? Wie weit kann ich gehen in dieser Welt? Wozu bin ich in der Lage? Was wurde mir geschenkt? Was sind überhaupt meine Geschenke, die ich habe? Was kann meine Faust? Wie weit kann meine Faust mich in dieser Welt bringen? Hast du mal drüber nachgedacht, wie weit du gehen kannst? Hast du mal drüber nachgedacht? Viele Leute von euch sind leider sehr traurig. Aber du kannst gewinnen, wenn du gewinnen willst. Und wenn du glaubst, dass du gewinnst. Glaube an dich und an Gott im Idealfall. Du weißt selber, ne? Gewinne. Gewinne. Und sorg dafür, eine schöne Zukunft aufzubauen für deine Familie. Bro, überleg mal deine Familie. Deine Mutter wird dich extrem voll, wenn du gewinnst. Dein Vater auch. Deswegen, mach doch einfach Druck gegen die Welt. Sei ein Krieger, behaupte dich. Behaupte dich im Kampf. Ja, mit dem ich ihr so gut bin. Sensei Ultimate Michelle. Glocke, Like, Abo, Kommentar. Afrika braucht Geld. Kinder mehrfach aktuell. Er arbeitet wie ne Big King. Tag live auf Twitch. Lachen Papa, Bango Star. Ist euch unnormal dein Paar. So, komm, schaltet ein. Ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei. Ihr werdet Ultimate. Ultimate. Ja, Tag auf Twitch.